Ingolstadt-Stuttgart, Deutsche Presseagentur, Minus Audi und Porsche können ihre Formel-1-Pläne weiter verfolgen. Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG der Porsche AG und der Audi AG bestätigten in einer Sitzung am Donnerstag Planungen der beiden Konzernmarken für einen eventuellen Einstieg in die Formel 1. Mercedes teilte ein Sprecher auf Anfrage mit .Audi habe grundsätzlich die Möglichkeit 2026 in die Königsklasse des Motorsports einzusteigen, um dort Vorsprung durch Technik zu demonstrieren, teilte der Autohersteller der Deutschen Presseagentur mit. Eine Entscheidung für einen Einstieg sei aber noch nicht gefallen, man befinde sich in der finalen Phase der Bewertung. Das Formel 1-Reglement ab 2026 liegt noch nicht vor. Es sieht weitreichende Änderungen für einen nachhaltigeren Sport vor und ist Voraussetzung für einen möglichen Einstieg von Audi, hieß es. Hierbei sei Audi im Austausch mit dem Automobil-Weltverband 4. Schon seit Monaten werden die VW-Konzerntöchter Audi und Porsche mit einem Formel-1-Einstieg in Verbindung gebracht. In Vorgespräche über das künftige Reglement waren Delegationen schon eingebunden. Die Formel-1 will interessierten Herstellern mit einem Regelkompromiss entgegenkommen. Ab 2026 sollen die Hybrid-Motoren mit 100% nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Werbrenner im Aggregat soll nur noch 50% der Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. Das passt zur künftigen Ausrichtung der Autobranche. Zudem hat man sich auf ein Ende des teuren und komplexen Motorenbausteins MGH verständigt, der aus der Abgaswärme des Motors Energie zurückgewinnt. Der Automobil-Weltverband hatte dazu im Dezember 2021 eine Blaupause veröffentlicht. Audi-Chef Markus Düßmann reizt ein Einstieg in die Königsklasse. Der Diplom-Ingenieur hat selber Formel-1-Vergangenheit. Er war früher Entwicklungschef bei Mercedes. Später verantwortete er die Abteilung Antriebe bei BMW. Wenn die Formel-1 nachhaltiger wird könnte sie für Audi interessant werden, hat Düßmann wiederholt eingeräumt. Im Fall des Formel-1-Einstiegs würde Audi die Motoren in Ingolstadt bauen. Audi wird mit einer Übernahme der britischen Sportwagenmarke McLaren, die auch in der Formel-1 mit Mercedes als Motorenpartner vertreten ist, in Verbindung gebracht. Porsche wird als möglicher Partner von Red Bull um den aktuellen Weltmeister Max Verstappen gehandelt. Copyright Deutsche Presse Agentur Info com Deutsche Presse Agentur Doppelpunkt 220407 998 375 595